Okay, meine Damen und Herren, wir haben hier einen ganz bestimmten Künstler. Am Anfang, gebe ich zu, habe ich gesagt, was das für eine Stimme, so konnte ich nicht fühlen, am Anfang. Aber schnell danach habe ich diesen Jungen wirklich sehr, sehr gefeiert, muss man offen und ehrlich zugeben. Kritik gibt es immer, man kann aber immer noch danach einen feiern. Hemmshow, also es geht um Hemmshow, den ich momentan wirklich sehr feiere. Hemmshow, Olexesh, Gangster and Hustler. Okay, ich bin gespannt, ob er mit seiner Stimme wieder ausrasten wird. Oh shit, Digga. Was ist das denn, Digga? Allein wie aggressiv das schon anfängt. Ah, wenn der nicht, ne, seine Seele aus dem Leib schreit wird, dann mache ich auch nicht weiter. Oh, dann sind wir hier im West Coast, oder wo sind wir hier? Was ist das für ein Video, Lade? Ich muss sagen, wie die haben die krank gemacht, vor allem mit den Drohnenaufnahmen, sexy. Boah, geile Aufnahmen, Digga. Geile Aufnahmen, feier ich. Okay, bin ich gespannt, kommt jetzt Hemmshow rein? Du hörst im Hintergrund, leise Hemmshow, ne? Ich glaube, er wird es richtig ausrasten. Ich hoffe es. Okay, wir sind gespannt auf Hemmshow. Let's go. Hey, ich brauche mehr, ich brauche mehr, da muss noch mehr schreien. Boah, ich muss sagen, Flo ist böse, Digga. Der ist gut dabei. Ich finde, der könnte sogar noch mehr ausrasten, ne? Der könnte sogar noch mehr schreien, finde ich, auf diesem Beat, vor allem. So ist der Kreislauf in Offenbacher Main, ja, Digga. Hört auf zu spielen, Kinders. Ah, böse. Geil gemacht. Allein das Video, ne? Sexy. Boah, diese Aufnahmen sind schon wild. Cool gemacht, Digga, cool gemacht, cool gemacht. Man fragt sich auch, wann haben die dieses Video gedreht, weil überall die Sonne scheint. Weißt du? Und jetzt in den letzten Tagen, wenn du dich mal umschaust, alles über Regen. Oleg Sech, Hemmshow, gutes Duo, hat mir gefallen. Video war 10 von 10. Das Einzige, was ich bemerken könnte, wäre wirklich, dass er mir zu wenig geschrien hat. Er müsste noch mehr abgehen, Digga. Ansonsten schon eine nahe auf die 10 von 10, Digga. Doch, doch, doch. Sehr, sehr aggressiv, wild. Auf diesem Stil, in diese Richtung, so auf Awonta, 10 von 10. Muss man sagen. Haben die wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, ne? Hemmshow, Oleg Sech, doch, gut. Ja, hab ich gefeiert, Digga. Wie gesagt, er könnte ein bisschen mehr schreien. Aber okay, wir machen weiter. Und ihr könnt gerne in die Kommentare eure Meinung schreiben. Wie ihr es fandet, eure Bewertung. Also, weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.